Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Fall geht es tatsächlich nicht um ein Video, sondern um eine neue Serie, mit der wir loslegen und warum ich hier im Hintergrund Holz, Pappe und Acryl liegen habe und dazu noch eine Reihe von Zahnstochern aus der Küche geholt habe, das gucken wir uns in diesem Video an, denn es geht um das Thema Lasern und ganz konkret um den X-Tool P2 CO2 Laser, mein neuestes Projekt, unsere neueste Serie hier auf dem Kanal. Ja wer sich so ein bisschen dafür interessiert, warum ich das Ganze jetzt starte, der guckt gerne mal in die Videobeschreibung, da habe ich so ein kleines bisschen was ausgelassen, mir geht es einfach darum, ich habe ja schon einen 3D Drucker und wollte schon immer mal Lasern ausprobieren, weil mich das immer interessiert hat, weil ich viele coole Dinge dazu im Internet gesehen habe und deswegen habe ich mir gedacht, ich steige mal ein und ich steige, wenn dann auch direkt richtig ein, das heißt mit der notwendigen Sicherheit, mit dem notwendigen Komfort, mit der Einsteigerfreundlichkeit, gerade dieses Ding am Anfang, erste schnelle Erfolgserlebnisse zu haben, ist mir halt wichtig, weil sonst halte ich so Projekte oft nicht durch, das ist mein innerer Monk sozusagen. Deswegen habe ich mich für den X-Tool P2 entschieden, der ist super einsteigerfreundlich, kostet natürlich auch ein bisschen Geld, das muss man auch dazu sagen, kommen wir aber ganz am Ende des Videos nochmal dazu, bedeutet aber letzten Endes nichts anderes, als dass hiermit könnt ihr sofort einsteigen, habt die notwendige Sicherheit beim Lasern, was aus meiner Sicht auch super wichtig ist und könnt deswegen direkt loslegen mit euren ersten Projekten und genau das wollen wir auch in diesem Video direkt einmal tun. Ja, Sicherheit und Einsteigerfreundlichkeit habe ich gerade eben schon genannt, mir ist aber auch wichtig, dass das Ding gut verarbeitet ist und ich hier nicht so ein Billigding vor mir habe, gerade was das Thema Lasern angeht, da muss man sich auch drauf verlassen können. Und das ist beim P2 auf jeden Fall gegeben, ihr seht hier oben die Glasfronten oder beziehungsweise der Glasdeckel ist nochmal geschützt durch eine Folie, gleiches gilt auch für den Knopf, auch der ist nochmal geschützt, ihr habt hier eine LED-Anzeige, auf die ihr euch verlassen könnt, beziehungsweise auf der ihr die Informationen ablesen könnt, das Ding wird verriegelt, dafür ist dieses Schloss in der LED-Anzeige, ihr könnt also sicher gehen, wenn gelasert wird, kann das nicht mehr geöffnet werden, alles fühlt sich aus meiner Sicht richtig gut an, auch hier allein schon diese Halterung wirkt sehr wertig, wenn ihr da dran fasst, merkt ihr, dass ihr was Gutes in der Hand habt sozusagen. Ihr habt hier diese Gasdruckdämpfer, die dafür sorgen, dass euch der Deckel nicht runterfällt oder sowas, ihr habt natürlich überhaupt erstmal einen Deckel, ja, es gibt ja auch Geräte, die eben ohne Enclosure kommen, so dass man sagen muss, da ist natürlich mit der Sicherheit dann nicht so viel her, auch hier die Kabel sind alle in Kabelführungen eingelassen, der Laser sieht gut aus, das Ding kommt vorkonfiguriert zu euch, ihr habt zwei Kameras, also es ist wirklich ein umfangreiches Paket, was euch erwartet und vor allen Dingen, ihr könnt out of the box direkt loslegen. Das Einzige, was ihr machen müsst, hinten kurz Wasser rein, dann noch kurz die Laser justieren, sollte da ein Problem sein, das ist eigentlich fast nie der Fall, zumindest so wie ich das im Internet sehe und theoretisch kann es somit nach nicht mal 20 Minuten eigentlich schon losgehen mit dem ersten Laserprojekt. Das ist halt das, was dieses Gerät aus meiner Sicht auszeichnet und was auch der wesentliche Grund war mit den beiden anderen Aspekten von vorhin, die dafür gesorgt haben, dass ich mich für den X-Tool P2 entschieden habe, auch wenn er ein paar Euro mehr kostet als vielleicht andere Geräte, aber ihr bekommt halt ein sauberes Gesamtpaket. Auch das ist, es geht auch ein bisschen um Details, zum Beispiel hier der Netzwerkanschluss und auch die USB-Boxe, die sind einfach super eingepasst, da habt ihr keine Probleme, da wackelt nichts, das ist halt bei anderen Herstellern eben dann auch nicht gegeben und insofern, Gesamtpaket passt für mich auf jeden Fall, insbesondere auch was Hoptik, Hoptik und Verarbeitung angeht. Neben der Hardware ist natürlich auch die Software super wichtig, ihr könnt grundsätzlich den P2 auch mit Lightburn verwenden, wenn ihr mögt, alternativ und das ist mein Einstieg gewesen, ist X-Tool Creative Space, die Software, die X-Tool mitliefert, in der Version 2.0 gerade erschienen und wirklich extremst einfach zu bedienen. Ihr habt hier eine von zwei Kameras, die erstmal grundsätzlich eure gesamte Laserfläche aufnimmt, das ist schon mal der Einstieg, ihr seht jetzt hier quasi den Innenraum vom Laser und habt dann die Möglichkeit, hier auch noch Detailaufnahmen zu machen. Sprich, wenn ihr auf kleinere Objekte lasern wollt, müsst ihr ja etwas granularer rangehen und habt dann eine Kamera, die am Laser befestigt ist sozusagen und dann über diesen Punkt fährt, macht eine Detailaufnahme und ihr könnt euch jetzt hier sehr, ihr könnt jetzt extrem reinzoomen und auch auf kleinste Objekte und das zeige ich euch später auch nochmal, entsprechend etwas drauflasern. Das ist wirklich so einfach, beziehungsweise so detailliert, dass ihr hier vielleicht die Feder von der Halterung erkennt und diese Halterungen sind wirklich winzig. Ja, wir könnten jetzt hier theoretisch einfach links den Text anklicken, können hier einen Text reinpacken und könnten den jetzt, wenn wir wollten, gravieren. Jetzt ist hier natürlich kein Holz oder auch keine Pappe drauf, deswegen können wir das jetzt nicht machen, aber die zwei Kameras erleichtern halt die Bedienung aus meiner Sicht immens. Bei anderen Lasern müsst ihr immer erst den einen und den anderen Eckpunkt abfahren und so weiter und so fort. Hier alles nicht nötig. Hinzu kommt, ihr könnt auch die Dicke des Laserobjektes direkt messen, müsst ihr gar nicht manuell machen, könnt ihr direkt über die Software auch machen lassen und da sehen wir hier, theoretisch ist dieses Ding hier 1,2 Millimeter groß oder viel mehr hoch. Natürlich könnt ihr das auch nochmal detailliert nachmessen. Meine Testmessungen haben aber ergeben, dass das eigentlich schon sehr genau ist, außer bei ganz speziellen Oberflächen oder ähnlichem, da muss man natürlich nachmessen, weil letzten Endes bei Glas zum Beispiel oder Durchsichtigen muss man halt selber nachmessen letztlich. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Material zu konfigurieren. Es gibt eine umfangreiche Vorauswahl, die dann schon alle Einstellungen mit sich bringt. Da müsst ihr dann nichts mehr groß einstellen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, halt ein eigenes Material zu definieren beziehungsweise da eure Drucke vorab zu testen sozusagen, sodass ihr dann da die Möglichkeit habt zu sehen, wie euer Holz auf den Laser reagiert, bevor ihr dann den wirklichen Druck anstoßt. Ihr könnt hier super einfach auch ein Bild hinzufügen, um da einfach den ersten Startpunkt schon mal zu haben mit einem Bild. Wahrscheinlich fangen die meisten aber mit einem Text an, habe ich euch ja gerade schon gezeigt, oder mit einer Form. Ihr könnt auch Vektoren oder mit Vektoren arbeiten, was ja so super sinnvoll ist, denn letztlich ist das ja die Ausgangsbasis für die Drucke. Ihr könnt Formen verwenden, ihr könnt AI verwenden und ihr habt hier noch zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten, die es euch erleichtern, damit zu arbeiten. Ihr könnt zum einen hier kreisförmig verteilen, das bedeutet nichts anderes, als dass ihr das Ganze, euer Objekt sozusagen kreisförmig verteilt, welches ihr lasern wollt. Ihr könnt einen Materialgruppentest machen, hatte ich euch gerade schon gesagt, für euer eigenes Material. Ihr könnt einen QR-Code zum Beispiel erstellen und könnt Smartfill nutzen. Das ist gerade für die Massenproduktion sinnvoll, wenn ihr mehrere Teile auf eurer Laserfläche habt, wird diese automatisch befüllt und ihr müsst nicht jedes Einzelne befüllen. Also ihr seht, das ist ja jetzt nur mal ein ganz kleiner Schritt in die Software gewesen, super einfach und wir können theoretisch wirklich nach nicht mal 15 Minuten schon loslegen. Ja, ein weiterer Aspekt, der mir sehr wichtig war, ist die Nutzung von umfangreichen Materialmöglichkeiten. Sprich, ich wollte auf möglichst vielen Dingen gravieren und auch möglichst viele Dinge schneiden können. Deswegen ist es bei mir auch ein CO2-Laser geworden. Ihr könnt damit zum Beispiel hier Pappe natürlich ohne weiteres schneiden und auch in Anführungsstrichen gravieren. Natürlich Holz ist, denke ich, klar, das ist eine der Kernanwendungszwecke für Laser. Egal ob jetzt ein CO2-Laser, ein Faser-Laser, Dioden-Laser, was auch immer ihr da nutzt. Warum aber letzten Endes CO2-Laser bei mir? Das ist jetzt dieses dritte Material, was ihr hier noch im Hintergrund sehen könnt. Denn ich habe mir gedacht, neben Holz und Pappe und so weiter und so fort und ein bisschen Metall, möchte ich halt auch mit Acryl arbeiten. Weil da sieht man gerade im Internet wirklich richtig spannende Dinge. Und der Vorteil beim CO2-Laser oder auch konkret bei dem P2 ist halt eben, ihr könnt alle Acrylfarben lasern, schneiden, gravieren und so weiter und so fort. Da gibt es bei anderen Laserarten ja durchaus Einschränkungen. Beim CO2-Laser ist das überhaupt kein Problem. Und da das einer meiner Anwendungszwecke sein wird für die Zukunft, habe ich mich halt eben für einen CO2-Laser und eben nicht für einen Dioden-Laser, Faser-Laser oder ähnliches entschieden, die es übrigens auch von NixTool gibt. So und wer sich jetzt gefragt hat, was redet der Typ hier überhaupt die ganze Zeit? Wir wollen doch hier zusammen lasern oder wollen uns mal angucken, wie einfach das ist. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Ihr seht hier jetzt also die Software, die ich euch vorhin schon so ein bisschen im Detail gezeigt habe. So steigt ihr ein. Ihr habt hier natürlich durch den Creative Space, deswegen heißt die Software vermute ich zumindest auch so, eine Reihe von Projekten, die schon vorangelegt sind. Aber wir wollen ja einfach mal irgendwas selber ausprobieren. Deswegen gehen wir hier rein. Ihr seht hier, ich habe jetzt auch schon etwas auf die Arbeitsfläche aufgetragen, beziehungsweise aufgebracht. Und Überraschung, Überraschung, es ist der Zahnstocher aus dem Intro. So, deswegen legen wir jetzt mal mit dem Zahnstocher los, weil ich euch einfach zeigen will, wie einfach man halt eben auch, ich will mal sagen, sehr kleine Objekte zum Beispiel belasern kann. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Und es geht hier nicht darum, dass ich ständig Zahnstocher belasere. Aber es soll euch einfach zeigen, dass ihr auch direkt am Anfang ohne Probleme kleinste Dinge belasern könnt. Und das ist einfach der Sinn und Zweck, weswegen ich mich für einen Zahnstocher entschieden habe. Jetzt sehen wir hier den Zahnstocher. Wir haben die Detailaufnahme gemacht, habt ihr gerade eben gesehen. Rechts unten seht ihr immer, was der Laser innen drin macht. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ein Material auszuwählen. Es ist eigentlich egal, wir können jetzt hier Bestwood nehmen. Das ist kein Problem. Das spielt jetzt erstmal für den ersten Schritt keine Rolle, weil das halt auch das Wichtige ist. Ihr könnt einfach mal loslegen. Einfach mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. So, das Ding ist zwei Millimeter hoch. Das habe ich gemessen. Wir haben jetzt hier das Textfeld. Das legen wir jetzt einfach drüber. 72 ist natürlich viel zu groß als Schriftgröße, weil wir ja ein sehr kleines Objekt haben. So, jetzt nehmen wir diesen Text, ziehen den einfach hier drauf, machen ihn noch etwas kleiner, denn ihr seht, noch ist die Schrift immer noch zu groß. So, und dann schreiben wir jetzt einfach mal was drauf. We Love Tech lasert mit dem X-Tool PC. Zwei. So, das Ganze noch etwas kleiner machen. Das ist immer noch ein bisschen zu groß. Etwas kleiner noch. Dann ziehen wir es hier nochmal drauf. Und ihr seht auch immer diese Linien, die euch dabei helfen, das Ganze auszurichten. Ist nicht immer hilfreich, muss man sagen, aber in vielen Fällen. Jetzt machen wir das Ganze, weil das nicht ganz gerade ist, hier noch um ein Grad gedreht. Und, naja, ist ja nur ein Vorführeffekt sozusagen. Von daher muss es jetzt, ich komme es ja jetzt hier nicht auf einen Millimeter an. So, und jetzt seht ihr, wir haben den Text drauf. Jetzt können wir uns noch entscheiden, was wir machen wollen. Wir wollen eine Flächengravur machen, also nicht nur außenrum, sondern die gesamte Fläche soll gelasert werden. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, hier das Material bzw. unseren Laserleistungs- bzw. Intensitätsgrad einzustellen. Und das richtig Coole ist halt, ihr seht jetzt hier an dem Beispiel, wie das Ganze auf eurem Holz aussehen würde. Das ist halt wirklich richtig spannend. Jetzt ist es natürlich schon wichtig, dass ihr hier Besswood oder Eiche oder was auch immer ihr habt nehmt in der Materialauswahl. Und dann könnt ihr hier direkt auswählen, wie die Parameter sein sollen und könnt dann loslasern. Und nochmal, das ist halt das Entscheidende. Natürlich kann man jetzt auch noch einen Testdruck mit eurem eigenen Holz machen und so weiter und so fort. Völlig klar, das kann man alles machen. Aber mir geht es darum, euch zu zeigen, dass es halt wirklich out of the box in wenigen Minuten erste Ergebnisse gibt. Und ihr seht jetzt, der Laser fährt los und lasert jetzt hier oben drüber. Ihr müsst dann quasi einmal noch am Gerät bestätigen. Das ist der Knopf, den wir vorhin am Gerät gesehen haben. Und dann ist das Ding schon durch, fährt wieder zurück. Und wir sehen jetzt gleich das Ergebnis unseres Prozesses bzw. unseres Laservorgangs. Ihr seht jetzt, hier ist abgeschlossen. Das können wir einmal wegklicken. Dann drücken wir auf OK. Und jetzt mache ich mal eine neue Kameraaufnahme, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Jetzt nehmen wir den Text hier mal weg und ihr seht im Hintergrund oder beziehungsweise auf dem eigentlichen Objekt seht ihr jetzt den Druck. Und wie das jetzt in der Realität aussieht, das zeige ich euch jetzt natürlich auch sofort. Aber ihr habt jetzt gesehen, die Einrichtung hat ungefähr 15 Minuten gedauert, vielleicht 20, je nachdem. Wir haben uns jetzt die Software kurz angeguckt und wir sind direkt weitergegangen und haben jetzt nach, ich würde mal sagen, 15 bis 20 Minuten haben wir das erste Ergebnis. Und ich würde mal sagen, dafür, dass es ein Zahnstocher ist, das Ganze winzig klein ist, sieht das schon ganz gut aus. Natürlich geht es noch besser. Natürlich kann man immer mit mehr Einstellungen noch mehr oder bessere Qualität erreichen. Aber ihr erzielt halt sehr schnell erste Ergebnisse. Und das ist hier in dem Fall gegeben. Ich zeige euch noch ein anderes. Das habe ich hier auch direkt im Nachgang gemacht, um einfach auch mal was zu schneiden und um auch mal was etwas Größeres zu gravieren. Auch das, zumindest für mein Empfinden, ist das okay. Dafür, dass es halt eben in der ersten halben Stunde meiner ersten Lasertätigkeit sozusagen passiert ist. Und insofern würde ich sagen, das Ergebnis out of the box funktioniert, ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und da könnt ihr sofort loslegen und erste Ergebnisse erzielen. Wenngleich natürlich es immer besser wird, je länger ihr euch damit beschäftigt. Ja, wie schon mehrfach gesagt, der P2 kann natürlich noch viel, viel mehr. Und dazu habe ich mit Zustimmung von X-Tool durfte ich hier das Video von denen nochmal verwenden. Also, ihr habt gerade eben Acryl schneiden, durchsichtiges Acryl schneiden gesehen. Ihr habt Lasern von unebenen, gewölbten Oberflächen, seht ihr hier. Ihr könnt riesige Werkstücke verwenden, indem ihr noch die Fördervorrichtung dazu kauft. Also, da gibt es ja im Zubehörbereich, und das werden wir uns in den kommenden Wochen und Monaten auch angucken. Definitiv Dinge, die das Ganze noch viel spannender machen. Zum Beispiel diese Erhöhung, mit der ihr auch deutlich größere Werkstücke noch verarbeiten könnt. Ob das jetzt ein Koffer sein muss, lasse ich mal dahingestellt sein. Für mich super interessant, die Rotationsgravur, weil damit könnt ihr zum Beispiel auch Gläser lasern oder halt hier eben Christbaumkugeln und was auch immer. Also, da geht noch deutlich mehr. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teils unserer neuen Serie zum X-Tool P2 CO2 Laser angekommen. Ich möchte in den kommenden Wochen und Monaten euch ein bisschen auch im Laufenden halten, was mich mir noch an Zubehör kaufe, was ich noch mache. Denn wir haben ja jetzt in dem ersten Video wirklich nur mal ganz einfache Dinge gemacht. Holz geschnitten, Holz graviert. Das ist ja wirklich Einstiegsthematik. Aber es funktioniert halt eben. Und es funktioniert out of the box mit dem P2. Und das war das Wichtige, was ich euch mitgeben wollte. Dass man natürlich, wenn es um weitere Materialien, um Glasgravur, um Gravur oder Schneiden auch von Acryl, dass man da noch ein bisschen mehr sich reinfuchsen muss, ist ganz klar. Das seht ihr auch hier an meinem ersten Bild, woran ich mich versucht habe. Das ist natürlich noch nicht optimal geworden. Da muss ich in den Einstellungen noch etwas nachjustieren. Aber das ist das, was jetzt kommt. Und durch die ersten Erfolge will ich halt auf jeden Fall dranbleiben oder beziehungsweise werde auch dranbleiben. Und das ist halt eigentlich das Entscheidende, was ich euch in diesem ersten Video, wie eben schon gesagt, mitgeben wollte. Ja, am Ende steuert ihr das ganze Thema jetzt so ein bisschen mit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Das nächste Video würde so ein bisschen um Zubehör gehen. Ich hoffe, das ist für euch auch relevant, was ich mir noch an Zubehör gekauft habe. Und danach steuere ich so ein bisschen danach, was euch interessiert beziehungsweise was für euch relevant ist. Zum P2 muss man sagen, mein erster Eindruck ist hervorragend. Das Gerät kostet natürlich auch eine Stange Geld, aber ihr bekommt absolut was Werthaltiges dafür und könnt damit natürlich nachher auch Geld verdienen. Und das ist ja das Schöne am Leser. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.